In dieser Folge von Wir segeln sind wir auf Zakynthos. Es geht ein Traum in Erfüllung. Und wie immer gibt es ein paar Reparaturen. Wir sind Tobi. Franzi. Tobi. Franzi. Tobi. Franzi, Franzi, Franzi. Enough. Und natürlich Zora. Zuletzt lief es nicht so gut. Es war wirklich eine furchtbare Fahrt. Ich habe nämlich keinen Bock mehr. Deswegen sind wir froh, dass diese Überfahrt ruhig verläuft. Wir sind kurz vor Zakynthos. Die Fahrt war jetzt relativ ruhig. Nur am Anfang war es wellig. Und natürlich am Anfang gab es auch Probleme. Wir wollten den Wassermacher anmachen. Das ging nicht. Das haben wir jetzt verschoben. Das schauen wir uns gleich nochmal in der Bucht an. Und ansonsten ja, zurück zum Segeln. Aber immerhin ohne Gegenwind, sodass wir uns jetzt langsam bewegen konnten. Und jetzt sind wir in Zakynthos und hoffen Schildkröten zu sehen. Wir sind vor Anker. Aber bevor wir ins Wasser springen... Was bringt dir der Tag? Was bringt mir der Tag? Was hast du vor? Solarregler optimieren. Watermaker. Na, reparieren würde ich jetzt erstmal nicht sagen. Ich weiß nicht, ob der einfach nur noch länger laufen muss oder... Hm. Kam jedenfalls kein Wasser raus. Baden. Der Wassermacher läuft schon wieder. Jetzt geht es nur noch darum, einen Schlauch sauber zu machen. Wobei das irgendwie auch anstrengend ist, weil der sehr dünn ist. Aber der ist total zu gekeimt. Höhlenbesuch. Wir wollen einen Höhlenbesuch machen. Wir wollen auf die Insel zum Strand zur Höhle. Strand, Höhle. Oh Gott, das ist schon wieder Stress. Heute steht Propeller sauber machen auf dem Programm. Wir hatten die Schraube das letzte Mal vor neun Monaten in der Werft blank und haben jetzt sieben Monate wegen Corona ja in Kalamata festgelegen. Also ist die ganz schön bewachsen, habe ich gestern gesehen. Das kostet fast einen Knotenfahrt und erhöht den Spritverbrauch um die Hälfte. Dazu haben wir einen Kettenhandschuh oder Fleischerhandschuh. Das ist sehr praktisch. Der ist nicht wirklich, der kratzt nicht wirklich, aber man kriegt damit sehr gut den Rumpf oder eben die Schraube frei. Die Schraube besonders, weil man in die Ecken mit den Fingern sehr gut rankommt und man kann auch Barnacles praktisch direkt abkratzen mit den Händen und hat kein Werkzeug in der Hand, sondern die Hände frei. Ah, Tom. Ah, Tom. Ich schaue mir inzwischen das Kappakot an. Dafür, dass wir sieben Monate bewegungslos in der Marina gelegen haben, sieht es echt gut aus. Wir haben nur leichten Bewuchs, der sich einfach mit der Hand abwischen lässt. Einmal unten macht Tobi gleich weiter, das Gewinde der Propellernuss hat schon mal jemand vergurkt. Und wenn wir nicht irgendwann ohne Propeller dastehen, tauscht Tobi die auf. Tobi ist noch unten, der Kompressor ist gerade angesprungen, ich mache mich schon mal an den Abwatsch. Und jetzt sind sie alle da. Gestern waren wir noch alleine hier. Okay, sehr voll ist es wirklich nicht. Aber wir wollten sowieso weiter und es ist noch nur eine sehr kurze Strecke. Nämlich von hier nach da. Ich bin heute irgendwie super lame und Tobi macht einen auf eine Hand. Wieso sind wir super lame? Ich bin super lame. Ah, okay. Jetzt verstehe ich. Ich bin super. 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 super. Ich bin super. Ich bin super. Ich bin super. super. Ich bin 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 super. Es sind so unglaublich viele Schildkröten hier. Das liegt daran, dass die Weibchen zur Eierablage nach Sacintos kommen. Nachts gehen sie an den Strand und legen ihre Nester. Für mich ist wirklich ein Traum in Erfüllung gegangen, mit diesen total entspannten Tieren schwimmen zu gehen. Aber insgesamt frage ich mich schon, wie gut das hier geregelt ist mit dem Schildkröten-Schutzgebiet. Eigentlich darf man hier nicht schneller als sechs Knoten fahren, aber die ganzen kleinen Motorboote fahren regelmäßig schneller. Und die Tiere werden auch regelrecht bedrängt, also es sind zum Teil sechs Boote, die sich um eine Schildkröte kloppen. Auch habe ich noch keine gekennzeichneten Nester am Strand gesehen und sicherlich nicht, weil es keine Nester gibt, weil es gibt ja so viele Schildkröten hier. Aber ich weiß nicht, ob die Helfer nicht da sind, ob das vielleicht auch wegen der Corona-Krise denn ist. Und es sind zwar auch weniger Leute am Strand, aber sie sind auch nicht aufmerksam für das Problem. Das ist schon alles ein bisschen schwierig. Es ist schon fragwürdig, man selbst will die Schildkröten ja auch angucken und damit ist man irgendwie auch Teil des Problems. Man versucht natürlich so wenig wie möglich Teil des Problems zu sein, aber es ist alles schon nicht so einfach. Während ich den Koffeinkick zum Polieren genutzt habe, ist Tobi am Ruderquadranten. Wir haben hier zwei Muttern drauf auf dem Ruderblatt und die obere hatte ich neulich angefasst und die ließ ich per Hand drehen. Das ist ganz schlecht. Im Zweifelsfall fällt das Ruder nach unten raus. Und jetzt habe ich die untere Mutter ein bisschen nachgezogen. Da ging noch ein bisschen was. Die hatte sich allerdings nicht viel bewegt, es war noch okay. Und habe jetzt Gewindedichtfaden reingemacht. Dann ist die obere, die Kontermutter zusätzlich so wie eine selbstsichernde Mutter. Das heißt, die sollte dann nicht mehr lose kommen. Es gibt leise Lüfter und bei unserem Solaregler ist ein besonders lauter Lüfter für die Größe. Und wie macht der billige Lüfter? Leise. Laut. Also ersetzt Tobi ihn. Wir sind immer noch in Sakintors in der Schildkrötenbucht und genießen die auch. Wir sind inzwischen seit 10 Tagen hier. Mindestens. Aber warum auch nicht? Es ist schön entspanntes Wetter. Wir können vormittags arbeiten, Tobi Projekte am Boot machen, ich Videos. Und nachmittags können wir versuchen mit Schildkröten zu schnorcheln. aus. inflammation ist nicht leicht Baby pensando. alebito. Nachmittag. Nachmittags. Schildkrötenbuchtchenbucht. Hier z utilise einen kleinen Siegrp Schildkrötenbucht epile Kritik. Wie ich sch Vander in Aussage und gebo determines. Wir können Schildkrötenbucht her eine achtergodre keissä. ономricht, Sie sind companion und Sie immun. Menschen sind irgendwo in orch Gott. Und Sie wissen Nachmittag, Sie Physical ist nochmal death. Wir können hole gut mit durch die Schildkrötenbuchtubenzen. Zur Zeit warten wir noch darauf, ob wir in der Woche einen Freund treffen können, der uns Ersatzteile mitbringt und deswegen sehen wir einfach keinen Grund weiter zu fahren. Ich glaube wir halten es hier noch ein bisschen aus. Es gibt leise Lüfter. Du hast gerückt zum Hintergrund. Ja, ich bin erschüttert. Das kennt man ja, steht ja auch im Du- 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 Du. Oh Gott. Im Dödel. Ich pack die Kamera weg, das hat keinen Sinn mehr. Wir hoffen, ihr könntet die Tage so richtig genießen und wenn ihr jetzt noch ein bisschen auf der Couch liegen bleiben wollt, dann schaut noch ein Video von uns und unterstützt uns auf Paypal oder Patreon. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.